Ja, in diesem Video sehen Sie, wie man sich bei der DKB per Video legitimiert. Auf dieses Anmeldefeld zur Videolegitimation kommen Sie nach der Kontoeröffnung. Wenn Sie das Konto noch nicht beantragt haben, dann gehen Sie bitte, wie der Pfeil zeigt, unter das Video. Dort finden Sie die Anleitung zur Kontoeröffnung. Prima! Hier im Video sehen Sie schon, dass Sie Ihre persönlichen Daten eintragen und dann einfach nur noch auf Bestätigung klicken. Und dann dauert es manchmal einen kleinen Moment bis zu einen Minuten, bis der Legitimationsmitarbeiter per Videokamera zu Ihnen zugeschaltet ist. Und bei welcher Bank möchten Sie sich legitimieren? DKB. Dann die Ausweisvorderseite bitte in die Kamera. Nun werden Vor- und Rückseite in die Kamera gehalten, dass der Legitimationsmitarbeiter genau überprüfen kann, ob die Ausweisdaten übereinstimmen mit den Daten, die bei der Bank angegeben worden sind. Das kann sein, hier verkürzt dargestellt, dass das alles gleich beim ersten Mal funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das bei der Kamera nicht eindeutig erkennbar ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das einfach über das Smartphone zu machen. Dazu lädt man sich eine App runter, den Link dazu natürlich bei uns unter dem Video, und man macht den ganzen Prozess, wie jetzt hier gezeigt, über das Smartphone. Natürlich werden ein paar Echtheitschecks gemacht. Dazu wird die Karte vor der Kamera gekippt, damit man die Sicherheitsmerkmale erkennen kann. Wenn alle Daten erfasst sind und überprüft sind, dann ist der Vorgang fertig. Er wird mit einer TAN bestätigt. Die empfangen Sie auch via Mobiltelefon und geben Sie dann ein in der App und schon sind Sie fertig. Sie dürfen sich freuen, dass Sie in den nächsten Tagen Post bekommen, mehrere Briefe, der Willkommensbrief der DKB, der Sie als Kunde herzlich willkommen heißt, die Pins und die Karten. Wie das genau aussieht, das finden Sie natürlich auf unserem Spezialportal für smarte Bankkunden, www.deutscheskonto.org. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, detaillierte Fragen zu stellen und finden Antworten von unserer Redaktion und natürlich von der ganzen Community, die sich schon in den letzten Jahren ganz, ganz großartig engagiert hat. Vielen, vielen Dank dafür und herzlich willkommen bei der DKB, herzlich willkommen bei uns bei den smarten Bankkunden.